Herzlich Willkommen auf musikmachen.de. Wir sind hier auf der Musikmesse 2013 in Frankfurt, stehen gerade bei VGS Guitars und jetzt kommt zwei Klassiker für euch. Aber näheres sagt euch der Thomas dazu. So ist es. Also hier haben wir zwei schöne klassische Designs. Einmal haben wir die Roadcruiser in einen Mint Green oder vielleicht manche auch unter Surf Green bekannt. Und dann haben wir unten eine Eruption in einen schönen Tobacco-Bürst, die ausgerüstet ist mit zwei Puff-Style-Pickups aus unserem eigenen Hause vom VGS Pickups, welche einen richtig guten Bluesy-Sound haben bis hin zu einem guten Punch für Rock- und Hardrock-Sachen. Hier oben bei der Roadcruiser haben wir die IMG-HZs verwendet aus der SRO-Serie, welche einen speziellen Strat-Sound zur Verfügung stellen, welche aber immer noch eine kleine Portion mehr Sustain drauf hat. Die beiden Gitarren, die liegt ungefähr bei UVB 366 Euro und die Gitarre hier unten, die liegt bei, lass mal schauen kurz. 399 Euro UVB könnt ihr sie im Laden mitnehmen. Hört sich ja super an. Mir gefallen sie persönlich super gut. Und ja, vielen Dank Thomas. Kein Problem, macht's gut.